BTI präsentiert die Diamantrennscheibe GT MaxLive. Die selbstkühlende Diamantrennscheibe GT MaxLive besticht durch die neuartige 3D-Gittertechnologie. Bei diesem Verfahren sind die Diamanten präzise und exakt im Segment der Trennscheibe ausgerichtet. Damit schneiden immer gleich viele Diamanten im Baustoff. Die Standzeit und die Schnittgeschwindigkeit der Trennscheibe wird dadurch extrem erhöht. Die Trennscheibe GT MaxLive ist für harte Baustoffe bestens geeignet. Dazu gehören beispielsweise armierte Beton, harter Kalksandstein, Verbundpflaster, Klinker und Ziegel sowie Stahl und Guss. Die Diamantrennscheibe GT MaxLive ist in allen gängigen Größen bei BTI erhältlich. Schauen Sie am besten gleich unsere aktuellen Angebote mit BTI Winkelschleifern an.